Okay, zuerst muss das wieder aufgehen. Guck mal, da geht das rein. Dann muss es ein Stück wieder höher gehen. Dann machen wir das. Applaus! Für das Auto. Er hat ein kleines Looping gemacht. Aber er hat es trotzdem geschafft. Wisst ihr? Er hat es geschafft. Weißt du, wer er gegangen ist? Wir sind einfach ein Looping gegangen und erst da runtergefallen.